Alles, was du gesehen hast und alles, was du gestern gesehen hast, ist mein Haus! Du bist jetzt auch hier! Doch tief im Herzen Amerikas ruht ein Geheimnis, das Wissenschaftler und Historiker seit Jahrhunderten vor ein Rätsel stellt. Das Geheimnis der Blutgruppe Null. Doch was macht diese Blutgruppe so einzigartig? Ist sie einfach nur ein genetischer Faktor oder verwirkt sie den Schlüssel zur Entschlüsselung der Geheimnisse unserer Vorfahren? Begleiten Sie uns auf dieser Reise, um Licht in dieses edigene Erbe der Amerikaner zu bringen. Die Grundlagen des Blutes Die lebenswichtige Essenz, die durch unsere Ahnen fließt und als Blut bekannt ist, ist nicht nur wichtig, um uns am Leben zu erhalten, sondern erzählt auch eine bemerkenswerte Geschichte über unsere Geschichte, Genetik und Evolution. Das Blutgruppensystem, das das menschliche Blut in vier Haupttypen A, B, AB und Null unterteilt, bildet die Grundlage für diese Geschichte. Das Vorhandensein oder fehlen bestimmte Antigene auf der Oberfläche unserer roten Blutkörperchen bestimmt diese Typen. Proteine und Kohlenhydrate, die als Antigene bekannt sind, schmücken diese Zellen und haben die Fähigkeit, eine Reaktion des Immunsystems auszulösen. Die Typen A und B enthalten jeweils ihre eigenen Antigene. AB besitzt beide, während Null völlig frei von ihnen ist. Nullblut, das oft als Universalspender bezeichnet wird, verringert die Möglichkeit einer Abstoßung bei Empfängern mit unterschiedlichen Blutgruppen, was es in Notfallsituationen und bei Transfusionen von unschätzbarem Wert macht. Interessant ist, dass die amerikanischen Ureinwohner häufiger Nullblut haben. Die Vorteile, die es für die Evolution bietet, könnten ein Faktor für seine weite Verbreitung sein. Nullblut ist möglicherweise weniger anfällig für bestimmte Infektionen, da ihm die Antigene A und B fehlen, was ihm einen Überlebensvorteil verschafft. Einigen Forschungsergebnissen zur Folge könnte Nullblut sogar einen besseren Schutz vor schweren Krankheiten wie Malaria bieten. Diese Erklärung verkompliziert die Darstellung, auch wenn sie mit der Verteilung der Blutgruppen in Afrika besser übereinstimmt. Die Analyse der Verteilung von Blutgruppen in verschiedenen Populationen erzählt eine fesselnde Geschichte der menschlichen Migration und Anpassung. Obwohl die Blutgruppe Null die weltweit am weitesten verbreitete Blutgruppe ist, sind die regionalen Unterschiede in ihrer Verbreitung bemerkenswert. In Nord- und Südamerika, vor allem bei den indigenen Gemeinschaften, ist der Anteil der Blutgruppe Null auffallend hoch, was auf eine intensive, evolutionäre Selektion über Jahrtausende hinweist. Die genauen Gründe für diese Präferenz sind nach wie vor etwas rätselhaft, aber es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Umweltanpassung und Krankheitsresistenz. Eine Theorie besagt, dass die vermeintlich bessere Sauerstoffversorgung des Blutes bei der Blutgruppe Null den alten Bewohnern der Bergregion in Amerikas möglicherweise einen Überlebensvorteil verschafft hat. Die komplexe Verflechtung zwischen unserer Biologie, unserer Umwelt und unserer Geschichte wird durch die Vielzahl von detaillierten Informationen über Blutgruppen deutlich, die ein faszinierendes Bild unserer Vergangenheit zeichnen. Sie zeigen, wie sich unser Körper im Laufe der Zeit als Antwort auf verschiedene Herausforderungen verändert hat, was bleibende Spuren in unserer genetischen Struktur hinterlassen und unseren gegenwärtigen Gesundheitszustand beeinflusst hat. Das Geheimnis der geografischen Abstammung Die verschiedenen Blutgruppen haben sich über die ganze Welt verbreitet und bieten einen interessanten Einblick in die Wege, die die Menschheit im Laufe der Zeit genommen hat. Die Prävalenz der Blutgruppe Null in Amerika ist dabei der faszinierendste Trend von allen. Ein Verständnis der regionalen Unterschiede bei diesen Blutgruppen kann helfen, die komplexe Geschichte der menschlichen Migration und Interaktion zu entschlüsseln. Die Verteilung der Blutgruppen ist weltweit äußerst unterschiedlich und spiegelt tausende von Jahren menschlicher Migration und Evolution wider. Obwohl die Blutgruppe Null weltweit am häufigsten vorkommt, gibt es regionale Unterschiede in ihrer Verbreitung. Angesichts der hohen Prävalenz der Blutgruppe Null in Afrika, dem Kontinent, der als Wiege des menschlichen Lebens gilt, könnte die Blutgruppe Null die früheste Blutgruppe sein. Die Häufigkeit der Blutgruppe Null nahm ab, als die Menschen nach Europa und Asien migrierten, während die Blutgruppe A in Westeuropa und die Blutgruppe B in Zentral- und Astasien häufiger vorkamen. Diese Verschiebung deutet auf ein komplexes Zusammenspiel zwischen Genetik, Umwelt und sozialen Strukturen hin, das die menschlichen Populationen über Jahrtausende geprägt hat. Der auffällige Unterschied im Vorkommen der Blutgruppe Null in Amerika, insbesondere bei den indigenen Völkern, wirft interessante Fragen zu früheren Migrationen und zur Bevölkerungsdynamik auf. In vielen indigenen Gemeinschaften beträgt der Anteil der Blutgruppe Null 90 bis 100 Prozent, im Gegensatz zum weltweiten Durchschnitt von etwa 62 Prozent. Theorien besagen, dass frühere Einwanderer nach Amerika, die wahrscheinlich während der letzten Eiszeit eine Landbrücke überquerten, überwiegend Blutgruppe Null hatten. Diese frühen Einwanderer wurden schließlich zu den Vorfahren der heutigen indigenen Völker. Die Isolation des amerikanischen Kontinents von Eurasien bis zur Ankunft der Europäer könnte die hohe Prävalenz und den Erhalt der Blutgruppe Null erklären. Der begrenzte Kontakt mit anderen Völkern limitierte die Einführung neuer genetischer Varianten, sodass sich die Blutgruppe Null im Genpool der indigenen Völker behauptete. Zusätzlich könnten selektive Einflüsse wie Krankheiten und Umweltfaktoren Personen mit Blutgruppe Null begünstigt haben, was zu einer weiteren Verbreitung dieser Blutgruppe führte. Ein Vergleich der Häufigkeit der Blutgruppe Null auf dem amerikanischen Kontinent mit der anderer isolierter Populationen weltweit liefert zusätzliche Erkenntnisse über die Auswirkungen von Migration und Isolation auf die Verbreitung dieser Blutgruppe. Während einige pazifische Inseln und abgelegene Gemeinschaften aufgrund ihrer einzigartigen Migrationsgeschichte und der Perioden der Isolation ebenfalls ein hohes Vorkommen bestimmter Blutgruppen aufweisen, ist die Dominanz der Blutgruppe Null auf dem amerikanischen Kontinent beispiellos. Dies ist auf den einzigartigen historischen und prähistorischen Kontext der Kontinente zurückzuführen und wirft Fragen zu den Bewegungen und Überlebensstrategien der alten Völker auf. Auf den Spuren der Blutgruppe Null Die Geschichte der Blutgruppe Null auf ihrer Reise durch die Geschichte und durch die weiten Landschaften Amerikas ist voller Geheimnisse, Kraft und Veränderungen. Unsere Geschichte beginnt mit der Wanderung der frühen Menschen nach Amerika, einer gewaltigen Reise über tausende von Jahren, als sie während der letzten Eiszeit die Landbrücke von Asien überquerten. Diese Pioniere brachten genetische Marker mit, die die Blutlinien ihrer Nachkommen prägen sollten, darunter das Null-Gen. Ein stilles Signal für Überleben und Anpassung. Wissenschaftliche Studien, die sich mit der Verteilung der Blutgruppen unter einheimischen Völkern befassten, haben interessante Muster gefunden. Eine wichtige Studie aus den 80er Jahren mit amerikanischen Ureinwohnern in Arizona ergab, dass 99% der Teilnehmer die Blutgruppe Null hatten. Diese hohe Zahl findet sich in den diegenden Gemeinschaften von den schneebedeckten Bergen Kanadas bis zu den üppigen Regenwäldern des Amazonas. Aber warum ist Blutgruppe Null bei diesen Gruppen so häufig? Die Antwort könnte im Prozess der natürlichen Selektion und der Anpassung an die Umwelt zu finden sein. Die frühen Siedler waren mit schwierigen Bedingungen konfrontiert, bei denen die Blutgruppe Null sehr hilfreich gewesen sein könnte. Das Fehlen der A- und B-Antigene könnte das Risiko von Krankheiten, die in schwierigen Umgebungen häufig auftreten, verringert haben. Außerdem konnten sich Menschen mit Blutgruppe Null möglicherweise besser an unterschiedliche Bedingungen anpassen, sodass sie häufiger vorkamen. Als sich die Ureinwohner über den Kontinent ausbreiteten, konnten Menschen mit Blutgruppe Null besser überleben und ihr genetisches Erbe über Generationen weitergeben. Dieser Prozess vollzog sich über Tausenden von Jahren und führte dazu, dass die Blutgruppe Null heute unter den Ureinwohnern stark vertreten ist. Bei der Geschichte der Blutgruppe Null geht es jedoch nicht nur um das Überleben unter schwierigen Bedingungen und bei Krankheiten. Es geht um menschliche Verbundenheit und eine gemeinsame Geschichte, die als biologisches Bindeglied fungiert und verschiedene Gemeinschaften auf dem ganzen Kontinent zusammenführt. Dank jüngster Fortschritte in der Desoxyribor-Nukleinsäure-Technologie können Wissenschaftler Abstammungslinien und Migrationen genau verfolgen und die alten Ursprünge der Blutgruppe Null in Amerika bestätigen. Doch diese historische Reise ist nicht nur für Akademiker von Interesse. Sie hat große Auswirkungen auf die Gesundheit und Medizin der einheimischen Bevölkerung. Der universelle Spenderstatus der Blutgruppe Null macht sie wichtig für Bluttransfusionen und die medizinische Notfallversorgung. Das zeigt, wie dringend notwendig Blutspenden in diesen Gemeinschaften sind, in denen Blutgruppe Null zwar sehr gefragt, aber nicht immer verfügbar ist. Moderne Bedeutung von altem Blut Wenn wir den Weg von der Antike bis zu heute zurückverfolgen, stellen wir fest, dass die Blutgruppe Null wichtige Auswirkungen auf die moderne Medizin und Gesundheitsfürsorge hat. Die Erforschung der mysteriösen Anfänge und der evolutionären Vorteile der Blutgruppe Null zeigt, wie sie medizinische Behandlungen, dringende Maßnahmen und die weltweite Blutversorgung beeinflusst. Blutgruppe Null ist in der heutigen medizinischen Praxis von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Notfällen, in denen so fertige Transfusionen erforderlich sind. Ihre besonderen Eigenschaften machen sie zur Grundlage der Notfallversorgung und von Operationen. Blut der Blutgruppe Null negativ wird sehr geschätzt, da es Patienten jeder Blutgruppe ohne Probleme verabreicht werden kann. Dies ist in Notfällen wichtig, wenn die Blutgruppe des Patienten unbekannt ist. Auch Blut der Blutgruppe Null positiv ist zwar nicht universell kompatibel, kann aber dennoch vielen Menschen mit positivem Ressusfaktor gespendet werden. Der Bedarf an Blut der Blutgruppe Null, insbesondere Null negativ, ist weltweit nach wie vor hoch. Von der Notaufnahme bis hin zu Katastrophengebieten und Schlachtfeldern. Sie ist oft die erste Wahl für Transfusionen, wenn die Blutgruppe des Empfängers unsicher ist. Dies zeigt, wie groß der Bedarf an Blutspendern der Blutgruppe Null ist. Und wie wichtig es ist, dass genügend Blutkonserven in Blutbanken und Krankenhäusern vorhanden sind. Die Tatsache, dass Blut der Blutgruppe Null jedem gespendet werden kann, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel mögliche Engpässe, da Blut der Blutgruppe Null bei verschiedenen medizinischen Notfällen sehr gefragt ist. Das Gleichgewicht zwischen der Verfügbarkeit von Blutgruppe Null und dem Bedarf an täglicher medizinischer Versorgung und Notfällen ist eine ständige Herausforderung für die Gesundheitssysteme weltweit. Neben den Transfusionen hat die Prävalenz der Blutgruppe Null auch weitreichende Auswirkungen auf die medizinische und genetische Forschung. Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Blutgruppe die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten beeinflussen kann. Menschen mit Blutgruppe Null haben möglicherweise ein geringeres Risiko für koronale Herzkrankheiten und reagieren möglicherweise anders auf Krankheitserreger. Dieses Verständnis könnte die präventive Gesundheitsfürsorge und Behandlungsmethoden verändern. Es stellen sich auch ethische und soziale Fragen, wie der gerechte Zugang zu Blutgruppe Null sichergestellt werden kann, besonders in Gebieten mit weniger Menschen dieser Blutgruppe oder weniger entwickelten Gesundheitssystemen. Die Erhöhung der Blutspenderate, Verbesserung der Lagerungs- und Verteilungsmethoden und Förderung internationaler Zusammenarbeit sind wichtige Schritte zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Die alten Ursprünge und heutige Bedeutung der Blutgruppe Null werden die Transfusionsmedizin, Genforschung und Gesundheitspolitik weiterhin beeinflussen. Fortschritte in künstlichen Blutprodukten, Bluttypisierungstechnologien und Gentechnik könnten neue Antworten auf Versorgungs- und Kompatibilitätsfragen bieten. Die natürlichen Eigenschaften der Blutgruppe Null und ihre Rolle als universeller Spender werden jedoch in der Notfallmedizin und Transfusionspraxis wahrscheinlich weiterhin von entscheidender Bedeutung sein. Der evolutionäre Vorteil Das häufige Vorkommen der Blutgruppe Null bei amerikanischen Ureinwohnern, insbesondere in schwierigen Umgebungen wie Hochgebirgen, hat Wissenschaftler seit Jahren fasziniert. Interessante Theorien deuten darauf hin, dass Blutgruppe Null den alten Völkern einen evolutionären Vorteil verschafft haben könnte, der ihnen nicht nur das Überleben, sondern auch das Gedeihen in schwierigen Lebensräumen ermöglichte. Ein faszinierender Aspekt betrifft die Anpassung an große Höhen. Seit tausenden von Jahren leben Menschen in den Anden, wo der Sauerstoff knapp ist. Um damit umzugehen, hat sich ihr Körper stark verändert. Viele indigene Völker in diesen Regionen haben die Blutgruppe Null, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dieser Blutgruppe und dem Überleben in sauerstoffarmen Umgebungen hinweist. Warum könnte also Blutgruppe Null an solchen Orten von Vorteil sein? Eine Theorie bezieht sich auf die Blutdicke und Sauerstoffzufuhr. Blut der Blutgruppe Null ist tendenziell weniger dick als bei den Blutgruppen A, B oder AB, was einen gleichmäßigeren Blutfluss und bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes unter sauerstoffarmen Bedingungen bedeuten könnte. Ein entscheidender Vorteil für das Leben in großer Höhe. Ein weiterer Aspekt ist die Krankheitsresistenz. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Krankheiten Menschen mit A oder B Blut stärker beeinträchtigt haben könnten. Einige Studien legen nahe, dass Menschen mit Blutgruppe Null ein geringeres Risiko für schwere Malaria haben. Auch wenn Malaria im vorkolumbianischen Amerika kein großes Problem war, deutet dies auf eine umfassendere Idee hin. Das Fehlen von A und B Antigenen auf den roten Blutkörperchen könnte einen gewissen Schutz gegen Krankheitserreger bieten, die auf diese Moleküle abzielen und so die Auswirkungen von Infektionskrankheiten verringern. Es gibt auch eine Verbindung zwischen Ernährung und Stoffwechsel. Die Ernährungsgewohnheiten der Ureinwohner waren sehr unterschiedlich und reichten von einer meeresfurchtreichen Ernährung im pazifischen Nordwesten bis hin zu einer Ernährung auf Maisbasis in Mesoamerika. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Blutgruppe einen Einfluss darauf haben könnte, wie gut Menschen Nahrung verdauen und Nährstoffe verstoffwechseln. Die Blutgruppe 0 eignet sich möglicherweise besser für eine Protein- und fettreiche Ernährung, wie sie bei Jägern und Sammlern üblich ist. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die soziale Komponente. In eng verbundenen indigenen Gemeinschaften war die Zusammenarbeit für das Überleben entscheidend. Menschen mit Blutgruppe 0 könnten als universelle Blutspender in Zeiten von Verletzungen oder Geburtskomplikationen sehr geschätzt worden sein, da sie lebensrettende Transfusionen geben konnten, was ihren sozialen Status und ihren Fortpflanzungserfolg steigern konnte. Obwohl jede dieser Theorien faszinierende Möglichkeiten bietet, sind sie mit Vorsicht zu genießen. Die Beziehung zwischen Blutgruppe und evolutionärer Fitness ist komplex und wird von verschiedenen Faktoren wie Umwelt, Krankheitserregern, Ernährung und Sozialstruktur beeinflusst. Wahrscheinlich ist der evolutionäre Vorteil der Blutgruppe 0 bei den amerikanischen Ureinwohnern auf eine Kombination dieser Faktoren zurückzuführen und nicht auf eine einzelne Ursache. Desoxyribonukleinsäure und Abstammung In der vielschichtigen Geschichte des Menschen hat sich die DNA-Technologie zu einem unverzichtbaren Instrument für die Suche nach familiären Wurzeln entwickelt. Durch die Analyse von Blutgruppen und uralten Familiengeschichten, insbesondere der Verbreitung der Blutgruppe 0 bei den amerikanischen Ureinwohnern, geben DNA-Tests Einblick in die Herkunft unserer Vorfahren. Diese Studie untersucht, wie DNA-Technologie dazu beiträgt, die Bewegungen und Veränderungen der Menschheit im Laufe der Zeit zu verstehen und unsere Verbindungen zu unserem entliegenden Erbe zu festigen, wie am Beispiel von Sitting Bowls Familie. Für viele Menschen war diese Technologie von unschätzbarem Wert, um ihre entliegenden Wurzeln zu bestätigen und die über Generationen weitergegebenen Geschichten zu belegen. Die Feststellung der Abstammung mit Hilfe von DNA-Tests ist besonders für indigene Gruppen von Bedeutung, für die Geschichten und Bindungen zum Land und den Vorfahren von großer Wichtigkeit sind. DNA-Tests bieten eine weitere Möglichkeit, diese Bindungen zu erforschen oder neue Aspekte der eigenen Familiengeschichte zu enthüllen. Für Nachkommen indigener Völker kann diese Verbindung von großer Bedeutung sein, da sie die Geschichte mit der persönlichen Identität verknüpft. Die Suche nach genetischen Merkmalen, die spezifisch für indigene Gruppen in Amerika sind, ermöglicht es uns, eine direkte Verbindung zu den ersten Menschen herzustellen, die hier lebten und etwas über verschiedene kulturelle Gemeinschaften zu erfahren, bevor die Europäer kamen. Die Entdeckung der Abstammung der Ureinwohner durch DNA geht nicht nur aus Neugier voran, sondern dient auch der Wiederherstellung von Identität und Bindungen, die durch die Kolonisierung verloren gegangen sind. Diese Verbindung ist von zentraler Bedeutung für Menschen, die herausfinden wollen, wo sie in der indigenen Gemeinschaft einen Platz haben. DNA kann eine authentische Verbindung zur Vergangenheit offenbaren und den Menschen helfen, sich stärker mit kulturellen Traditionen, Sprachen und Gemeinschaftsbeziehungen auseinanderzusetzen. Die Kenntnis der Ureinwohnerabstammung durch DNA kann auch entscheidend sein, um Zugang zu Ressourcen, Rechten und Anerkennung für Ureinwohner zu erhalten. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie DNA-Technologie Menschen mit ihren indigenen Wurzeln in Verbindung bringt, ist La Pointe, ein direkter Verwandter von Sitting Bull. Durch DNA-Tests konnte La Pointe seine familiäre Verbindung bestätigen und somit eine sowohl persönliche als auch historische bedeutsame Verbindung nachweisen. Dies verdeutlicht, wie DNA-Technologie Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft und den Menschen eine bedeutungsvolle Verbindung zu ihrer Herkunft ermöglicht. Die Suche nach den Vorfahren der Ureinwohner mittels DNA ist zwar faszinierend, wirft jedoch auch ethische Fragen und Herausforderungen auf. Fragen zum Schutz der Privatsphäre, zur Einwilligung und zur Verwendung genetischer Informationen sind äußerst wichtig. Das Verständnis der DNA-Ergebnisse im Hinblick auf kulturelle und stammesbezogene Identität ist komplex, da es bei der Zugehörigkeit zu einer indigenen Bevölkerungsgruppe um mehr geht als nur um Genetik. Die geschäftliche Seite der DNA-Tests und der Ahnenforschung hat zu Diskussionen darüber geführt, wie das genetische Erbe behandelt wird und wer diese Informationen nutzen, verstehen und damit Geld verdienen darf. Es ist von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, dass die DNA-Technologie den indigenen Völkern zugute kommt und ihre Rechte und Bedeutung respektiert. Die Nachkommen von Neandertalern und Denisovanern Die DNA-Technologie hat die Art und Weise revolutioniert, wie wir unsere Familiengeschichte erforschen und ermöglicht es den Menschen, ihren Stammbaum äußerst präzise zu rekonstruieren. Anhand von Markierungen in unserer DNA können Wissenschaftler erahnen, woher unsere Vorfahren stammen, wie sie sich fortbewegt haben und wie verschiedene Gruppen in der Vergangenheit interagierten. Die Denisovaner sind eine Gruppe von Urmenschen, die als eigenständige Population betrachtet werden, da es schwierig ist, sie als eigene Art innerhalb der menschlichen Familie zu definieren. Tatsächlich zeigen sowohl die Neandertaler als auch die Denisovaner erhebliche Ähnlichkeiten mit den Homo Sapiens, was darauf hindeutet, dass sie als Unterarten unserer Art betrachtet werden könnten. Diese Ähnlichkeiten manifestieren sich in ihren körperlichen Merkmalen und ihrer genetischen Ausstattung, was auf eine enge Verwandtschaft hindeutet. Es ist entscheidend, unsere Wahrnehmung der Neandertaler zu überdenken, insbesondere, wenn wir sie als unintelligent oder primitiv betrachten. Wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegen die gängige Vorstellung, dass Neandertaler intellektuell minderwertig waren. Stattdessen legen Forschungsergebnisse nahe, dass sie höchstwahrscheinlich sehr intelligent und fähig waren und einzigartige Fähigkeiten und Anpassungen besaßen, die es ihnen ermöglichten, in ihrer Umgebung zu florieren. Entgegen der landläufigen Meinung starben die Neandertaler nicht einfach aufgrund ihrer vermeintlichen Unterlegenheit aus. Das Aufkommen des Homo Sapiens Sapiens, unserer direkten Vorfahren, fiel dem Niedergang der Neandertaler und Denisovaner vor etwa 40.000 Jahren zusammen. Das Verständnis der Gründe für das Aussterben der Neandertaler ist entscheidend für das Verständnis der Geschichte, wie der moderne Mensch zur dominierenden Spezies auf der Erde wurde. Obwohl der ursprüngliche Schwerpunkt der Studien nicht auf dem Aussterben der Neandertaler lag, lieferten sie unbeabsichtigt wertvolle Einblicke in dieses Phänomen. Durch die Untersuchung der sich überschneidenden Merkmale und genetischen Beziehungen zwischen Neandertalern, Denisovanern und modernen Menschen erhielten die Forscher eine neue Perspektive auf die Faktoren, die zum Aussterben der Neandertaler beitrugen. Ein faszinierender Aspekt der Neandertaler Forschung ist die Entdeckung ihrer komplexen Kultur und ihrer hochentwickelten Verhaltensweisen. Archäologische Funde haben Beweise für Kunst, Handwerkskunst und sogar symbolisches Verhalten der Neandertaler ans Licht gebracht und damit frühere Annahmen über ihre intellektuellen Fähigkeiten infrage gestellt. Darüber hinaus haben genetische Studien gezeigt, dass moderne Menschen Spuren von Neandertaler-DNA in sich tragen, was auf eine Kreuzung zwischen den beiden Gruppen hinweist. Dies deutet darauf hin, dass Neandertaler und moderne Menschen nebeneinander existierten und auf verschiedene Weise miteinander interagierten, was möglicherweise die Entwicklung des jeweils anderen beeinflusste und zu unserer heutigen genetischen Vielfalt beitrug. Im Lichte dieser Erkenntnisse wird deutlich, dass die Neandertaler nicht einfach minderwertige Wesen waren, die zum Aussterben verurteilt waren. Vielmehr waren sie komplexe und anpassungsfähige menschliche Verwandte, die tausende von Jahren an der Seite unserer Vorfahren die Erde bewohnten. Indem wir unsere Wahrnehmung der Neandertaler überdenken und ihren Beitrag zur menschlichen Evolution anerkennen, gewinnen wir ein tieferes Verständnis für unsere gemeinsame Geschichte und die bemerkenswerte Reise, die zum Aufstieg des modernen Menschen als dominierende Spezies auf unserem Planeten führte. Die erstaunliche DNA von Crawford Was Crawfords Test so bemerkenswert macht, ist wie gründlich das Cellular Research Institute seine genetische Abstammung verfolgt hat. Sie haben eine Abstammungstiefe aufgedeckt, die alle bisherigen Erwartungen übertrifft und ein Umdenken in der Geschichte des Menschen in Amerika auslöst. Crawford lebt in Harp Butte, Montana, mitten im riesigen Blackfeet-Indianer-Reservat, das sich über 1,5 Millionen Hektar im Nordwesten des Staates erstreckt. Die Blackfeet sind eine der größten indianischen Stämme in den Vereinigten Staaten. Weitere Reservate befinden sich in Alberta in Kanada. Es wird vermutet, dass Crawfords DNA-Analyse unser Verständnis der menschlichen Migration nach Amerika erheblich verändern könnte. Aber was wissen wir genau über dieses Thema? Die vorherrschende Theorie beschreibt eine Migration von Menschen aus dem heutigen Nord-Sibirien. Diese bahnbrechende Entdeckung über Crawfords genetische Abstammung hat neue Wege für die Erforschung und Betrachtung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eröffnet. Indem sie sich tief in seine genetische Geschichte vertieft haben, sind die Forscher auf Erkenntnisse gestoßen, die vorgefasste Meinungen infrage stellen und unser Verständnis der menschlichen Migrationsmuster erweitern. Diese Errungenschaft wirft nicht nur Licht auf Crawfords Abstammung, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis der menschlichen Geschichte im globalen Maßstab. Crawfords Wohnsitz in Harpeute in Montana dient als Schwerpunkt für diese Forschung, da er in der weitläufigen Landschaft des Blackfeet-Indianer-Reservats liegt. Mit ihrem reichen kulturellen Erbe und ihrer vielfältigen Bevölkerung bietet diese Region eine einzigartige Kulisse für die Untersuchung der komplexen Zusammenhänge zwischen menschlicher Migration und Abstammung. Die Blackfeet-Nation mit ihren reichen kulturellen Traditionen und ihrer bewegten Geschichte bietet einen Einblick in die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit indigener Völker angesichts sich verändernder Landschaften und demografischer Veränderungen. Indem sie Crawfords genetisches Erbe mit der breiteren Geschichte der amerikanischen Ureinwohner verbinden, decken die Forscher ein komplexes Detail miteinander verbundener Geschichten auf, die Jahrhunderte umspannen. Während wir weiterhin die Geheimnisse der menschlichen Migration und genetischen Abstammung enträtseln, ist Crawfords Test ein Beweis für die Macht der wissenschaftlichen Forschung und die anhaltende Suche nach Wissen. Durch das Eintauchen in die Tiefen seiner genetischen Geschichte gewinnen wir wertvolle Einblicke in die gemeinsame Abstammung der gesamten Menschheit und die bemerkenswerten Reisen, die unsere kollektive Identität geprägt haben. Auf diese Weise ehren wir Crawfords Erbe und bekräftigen unser Engagement für das Verständnis der komplexen Informationen der menschlichen Geschichte in ihrer ganzen Vielfalt und Komplexität. Jetzt ist es Zeit für die heutige Abonnentenauswahl. Wissenschaftler arbeiten seit langem hart daran, das Geheimnis des Bluttyps Null zu lüften, der bei den Ureinwohnern Amerikas vorkommt. Bei diesen Ureinwohnern war die Blutgruppe Null nicht sehr verbreitet. Sie trat nur hin und wieder in bestimmten Familien auf, aber woher sie kam, war unklar. Man erzählte sich, dass vor langer Zeit ein einsamer Reisender mit heller Haut und blaugen Augen das Stammesgebiet betrat. Einige sagten, er sei ein Verirrter gewesen, der Sicherheit suchte, während andere von einer Herkunft aus einer anderen Welt flüsterten. Was auch immer die Wahrheit sein mag, seine Ankunft fiel mit dem Auftreten von Blut des Typs Null bei den Stämmen zusammen. Im Laufe der Zeit verband sich die Geschichte des Fremden mit den Erzählungen der Stämme, denn seine Anwesenheit war sowohl ein Geheimnis als auch eine Chance. Einige glaubten, dass er den Menschen etwas Gutes brachte, während andere befürchteten, dass seine Familienlinie Unglück brachte. Doch die wahre Antwort blieb verborgen, begraben unter den Schichten der Zeit und der Tradition. Im Laufe der Jahre blieb das Geheimnis der Blutgruppe Null unter den verschiedenen indianischen Völkern bestehen. Könnte dieser Fremde ein Nachkomme der amerikanischen Ureinwohner sein? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Der Baikalsee Der Baikalsee hat seit Urzeiten Menschen aus dem Westen und dem Osten angezogen und durch genetischen Austausch verbunden. Diese Verbindung reicht bis in die Bronzezeit zurück und hat ihre Wurzeln im Paleolithikum. Laut Bergström könnten diese sibirischen Menschen die Vorfahren der modernen amerikanischen Ureinwohner sein. Die Idee, dass die ersten Amerikaner über eine Landbrücke von Sibirien nach Alaska kamen, wird jedoch nur teilweise akzeptiert. In einem Artikel des National Geographic vom Juni 2018 untersuchte der Autor Simon Worrell alternative Theorien. Er warf Fragen auf, wie die Menschen Nordamerika ursprünglich erreichten. Überquerten sie die Beringstraße zu Fuß? Fuhren sie mit Booten den Kelp Highway hinunter? Überquerten sie den Atlantik über die polare Eiskappe oder waren sie schon immer da, wie es die Navajo und andere indianische Stämme glauben? Diese Ungewissheit verdeutlicht die zahlreichen Möglichkeiten, die die amerikanische Geschichte umgeben. Der in Sibirien gelegene Baikalsee ist der tiefste und älteste Süßwassersee der Welt. Sein kristallklares Wasser beherbergt eine reiche biologische Vielfalt mit tausenden von Pflanzen und Tierarten, die nirgendwo sonst auf der Erde zu finden sind. Der Baikalsee ist über 20 Millionen Jahre alt und hat im Laufe seiner Existenz bedeutende geologische und ökologische Veränderungen erlebt. Neben seinen Naturwundern hat der Baikalsee auch in der Geschichte der Menschheit eine entscheidende Rolle gespielt. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass bereits in der Altsteinzeit vor etwa 500.000 Jahren erste Menschen an den Ufern des Sees lebten. Diese Menschen waren auf die reichhaltigen Ressourcen des Sees angewiesen, um sich zu ernähren und zu schützen. Der Baikalsee blieb auch weiterhin ein zentraler Punkt für menschliche Aktivitäten. Handelsrouten durchzogen die Region und erleichterten den Austausch von Waren und Ideen zwischen verschiedenen Kulturen. In dieser Zeit entstanden komplexe Gesellschaften und es wurden fortschrittliche metallurgische Techniken entwickelt. Ein faszinierender Aspekt der Geschichte des Baikalsees ist seine Rolle als genetische Kontaktzone. Entlang seiner Küsten haben sich seit Jahrtausenden Menschen aus den westlichen und östlichen Regionen ausgetauscht und vermischt. Der genetische Austausch entlang der Küsten des Baikalsees hat die demografische Dynamik Sibiriens und anderer Regionen nachhaltig beeinflusst. Ein Thema, das unter Wissenschaftlern und Forschern immer wieder diskutiert wird, ist die Beziehung zwischen dem Baikalsee und den Bewohnern Amerikas. Einige argumentieren, dass die Landbrücke der Beringstraße es den frühen Menschen ermöglichte, von Sibirien nach Nordamerika zu wandern. Andere vertreten andere Ansichten. Andere Theorien gehen davon aus, dass indigene Gruppen bereits in Amerika ansässig waren oder sogar von Seewegen. Die Feinheiten der menschlichen Migrations- und Siedlungsmuster werden durch Simon Worrells Untersuchung dieser konkurrierenden Hypothesen verdeutlicht. Indem er die verschiedenen Wege und Zeiträume der menschlichen Ausbreitung untersucht, fordert Worrell die Leser auf, populäre Darstellungen der prähistorischen Migration neu zu bewerten. Die Geschichte des Baikalsees und seiner Verbindung zur Menschheitsgeschichte ist eine komplexe Erzählung von genetischer Vielfalt, kulturellem Austausch und Umweltanpassung. Der See bleibt ein Symbol für Beharrlichkeit und Kontinuität über Jahrtausende hinweg, während Wissenschaftler hart daran arbeiten, sein Rätsel zu lösen. Jüngste Forschungen, die sich auf indianische und polynesische DNA-Beweise stützen, deuten darauf hin, dass es vor etwa 800 Jahren zu Interaktionen zwischen amerikanischen Ohreinwohnern und Polynesianen kamen, die sich über große Gebiete des offenen Ozeans erstreckten und deutliche genetische Spuren in modernen Populationen hinterließen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Erzählung über die europäische Invasion in dieser Zeit wird dieser Austausch in historischen Aufzeichnungen oft übersehen. Wissenschaftler sind seit Jahren von der faszinierenden Möglichkeit einer maritimen Interaktion zwischen prähistorischen Polynesianen und amerikanischen Ohreinwohnern fasziniert. Befürworter haben darauf hingewiesen, dass Lebensmittel aus der neuen Welt wie Flaschenkürbisse und Süßkartoffeln in archäologischen Aufzeichnungen der Polyneser gefunden wurden, was für das präkolumbische Amerika einzigartig ist. Trotz der widersprüchlichen Ergebnisse mehrerer genetischer Untersuchungen ist diese These noch immer umstritten und neue Forschungsergebnisse stützen diese Theorie. Auf mehreren polynesischen Inseln wurden ähnliche genetische Teile der amerikanischen Ohreinwohner gefunden, was ein deutlicher Beweis für eine einzigartige historische Interaktion ist. Im Wesentlichen gab es Mischehen zwischen amerikanischen Ohreinwohnern und Polynesiern, aus denen Kinder mit gemischten genetischen Hintergrund hervorgingen. Zusätzliche statistische Analysen bestätigten, dass dieses Ereignis mit den ersten polynesischen Ohreinwohnern übereinstimmte, die sich auf diesen Inseln niederließen. Durch den Einsatz von Berechnungsmethoden konnten die Wissenschaftler feststellen, dass der Ursprung der DNA der amerikanischen Ohreinwohner im heutigen Kolumbien liegt, was Einblicke in eine komplizierte und interessante Periode der Menschheitsgeschichte ermöglicht. Und damit sind wir am Ende dieser Entdeckungsreise angelangt. Welche dieser Geheimnisse der Blutgruppe 0 überraschte Sie am meisten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Unsere Reise wird natürlich fortgesetzt. Bevor wir uns aber verabschieden, vergessen Sie bitte nicht, dem Kanal zu folgen, um weitere interessante Dinge auf der ganzen Welt zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.